Herzlich willkommen am Tippelsberg hier in Bochum. Hier kann man den Sonnenaufgang wunderbar erleben. Machen wir uns nichts vor, wir hier in Bochum, wir haben nämlich die geilste Universität der Welt und ich habe hier jahrelang studiert. Ich kann euch eins sagen, den Sonnenaufgang habe ich relativ selten gesehen. Euch wird es da bestimmt nicht anders gehen. Nennen wir es mal, man muss ausgeschlafen zu den Vorlesungen erscheinen, denn ansonsten macht das Lernen als solches ja keinen Sinn. Geiler Überblick über Bochum und auch natürlich über die ein oder andere verbotene Stadt, die wir hier bei uns in Bochum ungerne in den Mund nehmen. Der Ruhrpott hält grundsätzlich zusammen, aber beim Fußball, da hört der Spaß auf. Wenn ihr mal schauen wollt, da drüben ist die größte Turnhalle der Welt. Die liegt in Gelsenkirchen. Der Verein heißt Schalke 04, genauso wie die Ergebnisse dieser Saison und auch da heißt das Motto, nur gucken, nicht anfassen. Ich zeige euch jetzt ein bisschen was aus Bochum über Bochum. Wir gucken uns ein paar Sehenswürdigkeiten an und kommt einfach mit. Der Tippelsberg ist eine wunderschöne Gegend, wie ihr seht, habe ich letzte Nacht hier übernachtet, habe aber den Sonnenaufgang trotzdem nicht mitgekriegt. Sehenswürdigkeiten gibt es in Bochum noch und nöcher. Die Ruhr-Uni, die kennt ihr bereits. Wir werfen mal einen Blick auf die anderen Sachen. Alter, ganz ehrlich, ich sehe gar nichts. Da brauche ich aber ein anderes Ding. Alles in HD, Alter. Geil! Blick über Bochum, was mir als Stadionsprecher des VfL natürlich am meisten auf der Seele brennt. Da vorne ist das geilste Stadion der Welt. Das Vonovia-Ruhr-Stadion und direkt daneben ist der Starlight-Express. Seit 897 Jahren gefühlt läuft er in Bochum das wohl erfolgreichste Musical der Welt von Andrew Lloyd Webber. Da gibt es auch den Bismarck-Turm. Den seht ihr da vorne. Und direkt hinter dem Bismarck-Turm ist das höchste Gebäude der Stadt, das Exzenterhaus. Wir sind auf Kohle geboren und darum das Bergbaumuseum. Das seht ihr da vorne, der Förderturm. Eines unserer absoluten Sehenswürdigkeiten und Pflichtprogramm. Dann schwenke ich mal einmal kurz rüber. Und da hinten, da, ganz am Ende des Horizonts, da liegt die Weltstadt L.A. Bochum-Langendrea. My hometown. Herzlich willkommen in Bochum-Langendrea. Hier geht es gleich los mit dem Paddel-Tennis. Was ist? Bring rüber das Ding. Wo ist er? Michael, so funktioniert das erstmal überhaupt nicht. Das heißt Paddel, so in Spanien. Aber wir in Deutschland sagen Paddel-Tennis. Aber ich erkläre dir jetzt erstmal die Regeln. Macht das auf jeden Fall. Und damit ihr wisst, was los ist. Bei uns in Bochum, da gibt es nicht nur die Hauptsportarten, die Mainstream-Sportarten, sondern es gibt auch Sportarten, die gerade in der Entwicklung sind. Und das Geile daran ist, Marcel Maltritz, absolute Legende bei uns in Bochum. 414 Spiele in der 1. und in der 2. Bundesliga. Davon extrem viele für unseren VfL. Er hat sich das Thema, wie ich gerade gelernt habe, der feine Herr Paddel-Tennis auf die Fahne geschrieben. Wir lassen uns jetzt mal ein paar Bälle um die Ohren hauen. Das heißt wahrscheinlich haut der Malte mir mehr um die Ohren als ich ihm. Aber auch in meinem Alter, man lernt nie aus, man gibt nie auf. Und wenn das Ding nicht funktioniert, dann schmeißt er das einfach durch die Glasscheibe. Denn die spielen beim Paddel-Tennis eine große Rolle. Das ist natürlich... Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, den so zu spielen. Die sind gut, die Bälle. Kein Dampf, Alter. Brauchst du mal einen Riegel? Solle Scheiße! Was macht er da? Boah, legt mir am Arsch. Jetzt bin ich ganz schön im Sack. Paddel-Tennis gehört leider noch nicht zum Hochschulsport. Und jetzt sage ich es wirklich aus tiefster Seele. Das könnte mich am Arsch lecken, jetzt gehe ich einen Kaffee trinken. Hier bei uns im Pott ist alles grün, wie ihr sehen könnt. Nichts Verrauchtes, nichts Dreckiges, sondern es gibt ganz großartige Naherholungsgebiete. Der Chemnader See, der Stadtpark, der Uemminger See, der Foytong, der fliegt uns direkt um die Ohren. Den ziehe ich mir gleich noch rein. Aber hier im Schlosspark Weidmar, da gibt es die Situation Kunst. Eine Außenstelle der Rupp. Tolle Museen, tolle Kunst gibt es hier zu bewundern. Den besten Kaffee der ganzen Stadt, den gibt es in Baristoteles. Und den ziehen wir uns jetzt noch rein, bevor ich mir ein bisschen den Foytong nahe bringe. Und danach geht es ins Museum unter Tage. Und das ist für Studierende der Rupp natürlich kostenfrei. Also lohnt sich ein Ausflug hierhin auf jeden Fall. Und wenn ich die Brille gleich wieder abnehme, dann sehe ich auch alles wieder in HD. Und dann gehen wir direkt rüber ins Museum unter Tage. Mir geht es nicht anders als euch. Ich habe den Foytong kurz auswendig gelernt. Und jetzt, wo mir die Birne raucht, kommt mal ein bisschen mehr Kultur noch hier in Bochum rein. Wir gehen jetzt ins Museum unter Tage. Los geht's! Großartig! Haben Sie das schon gesehen? Ich glaube, da hat der Maler sich mit der frühen wirtschaftlichen Entwicklung des Ruhrgebiets auseinandergesetzt. Die Kohlezeit, das heißt ja auch hier alles unter Tage. Also von daher kann es ja nichts anderes sein, oder? Aber was reden Sie denn da? Ich habe hier gerade mal gegoogelt. Das heißt, es zeigt die Entwicklung der Landschaft als Resonanzraum von Individuum und Gesellschaft. Was reden Sie denn da? Das ist ein weltbekanntes Konvolut? Ich habe diese... Also da waren jetzt so viele Buchstaben drin und so viele Wörter drin, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Könntest du das nochmal wiederholen? Ja, Banause. Absolut. Da gehe ich mal lieber. Für mich war das genug Kultur für heute. Wir haben euch nur einen kleinen Ausschnitt gegeben bei dem, was ihr kulturell in Bochum erleben könnt. Über das Schauspielhaus haben wir beispielsweise noch gar nicht gesprochen, aber da könnt ihr euch natürlich jederzeit informieren. Bochum hat großartige Museen, tolle Spielhäuser im weitesten Sinne, sowohl in groß als auch in klein. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Kultur für den Magen. Wir sitzen hier mitten im Bermuda-Dreieck im Bratwursthaus und das Bratwursthaus hat der bekannteste Bochumer Herbert Grönemeyer in einem seiner Songs sozusagen verwurstet. Die Nummer heißt Currywurst und es geht genau um die Bude, wo wir hier gerade sitzen. Das Bermuda-Dreieck, eine mega geile Partymeile, ein Restaurant, eine Kneipe neben der anderen. Und naja, ich hoffe, ihr kriegt das im Laufe eurer Zeit in Bochum besser hin. Schön, dass ihr da seid an der RUB. Wir haben euch einmal kurz mitgenommen in Bochum und rund um Bochum. Und hinter mir, da seht ihr schon, das ist das berühmt-berüchtigte Bermuda-Dreieck. Da wird immer das Motto sein, wer sich erinnern kann, der war nicht da. Also nutzt eure Zeit mit Bedacht. Ihr wisst ganz genau, was ich meine oder wisst ihr es nicht? Ihr werdet es rausfinden. Hier im Bermuda-Dreieck, da findet ihr noch ganz, ganz viele Legenden. Und eine Legende, die steht gerade da hinten auf der anderen Straßenseite und wartet auf mich. Ich poste ihm schon mal zu. Falls ihr ihn noch nicht kennen solltet, dann werdet ihr ihn im Laufe des Studiums kennenlernen. Das geht nämlich um Peter Kadell. Peter, warte kurz. Sei mir nicht böse, ich muss weg. Peter!